Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück zu... Ich habe nur Kiryu-chan gehört, aber sonst nichts. Zu Yakuza Kiwami. Ich sehe hier keinen anderen Kollegen. Wir haben mal Tag, das ist mal was Neues. Sonst haben wir immer Nacht. Was ist der hübsch finde? Und wir machen die Hauptmission weiter. Weil wir jetzt echt lange mal keine Hauptmission gemacht haben. Wir haben ein bisschen hier fahren, ein bisschen dies machen. Oh nein. Oh nein. Are you talking to me? Yes, I am. What do you want? Palmistry. What the fuck is palmistry? Ah, okay. Palmistry. Handlesen. Handporn. He-chan. Wie viele Mal bei der K-ü- I am not interested. Ja. Guter Spruch. Oh, no, no. Please, it would only take a moment. They are really starting to pester me. Ja, also der will unbedingt Handlesen machen Ja, wenn das so viel bedeutet, dann machen wir es trotzdem Na komm Mal schauen, was da passiert Ja And you have a stubborn streak, but it's also kind of burning determination in its own way Thus, there's a sign of struggle along these lines Does a recent hardship ring any belts? Ja, also sowas hab ich ja auch, also hardships, also das hat ja jeder Then we must go deeper May I see your palm once more, please? Also jeder hat ja seine Problemchen so, ja? Okay, so upon breath of fat, was? Has a new meeting blown into your life? Das ist doch Ja, ja genau, das ist es halt Das ist so vage Naja It was more descriptive, right? You could see all that in my head I mean some recent events like those to come in my Not everything was perfect, but you got pretty close Oh, ja I have some news that will literally change your fate Sounds pretty, ja I can change your life Oh Ja, come Change my life, Bruder Okay A wise choice Somebody You'll look back on today and wonder how you ever lived before Right this way, please Okay Society of Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein I'm kidding He has a lead incredible life Oh nein 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 No, no, no You flatter me I'm only a mortal man of some enlightenment And the monks called me Madari Paketsu Bada Bada Means peaceful peer No need to remember it Uh Uh I apologize out of the blue, but Do you believe in fate? Hmm Uh Fate? Weissnich Is Schicksal, naja Means burial to heaven Nope I am always believed to forge your own path in life Duschmiedes dir dein eigenes Glück Maybe when I was younger I fell into that trap once Not twice But I've measured since then Yeah Perhaps you should have trusted yourself then Because In truth Every chance encounter every Bread of fate on earth within the universe is controlled by one god Oh nein Oh nein You don't say Oh nein Nein Tu es nich Tu es nich But For the sake of argument that's true With my Person's fate could be changed If I said that we have the power to alter the future Would you be interested? I said you're crazy but I'll hear you out I guess If you heard it in two of our The commentaries wassen No man alive could resist that kind of power So just between us If you had the power we possesses you too You too could weave hands of fate to suit your will Bitte was? I will see for me I will see for me The charity of saints is the warden of the musical art to view the world differently To see Life itself through rose-colored glasses Rose-colored Yeah With a piece of an ancient ore known as the lifestorm Die Kospels, die sich um dich herumtrennt, mit Glückwunschung. Okay. Top-level Athlete, famous Politiker, even award-winning Movie-Stars, all owe their success. They're a wondrous artifact. Jetzt wollen die mir schon was verkaufen. Die glauben und verkaufen. Das ist Iwata-san himself, who discovered it. Bitte was? Indeed, I guarantee the life's impossible. MJ is real. Okay. But I think that's all pretty vague. Yeah, 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 yeah. Very well done. If happiness is the question that you hear, then use that Momoko- Momoka-san, pop idol, just got engaged to a normal everyday citizen. The chances of it's her falling in love with some everyday salaryman from the city. How could we have manipulated? Thanks to the stone. Yes, you're exactly right. The stone brought them together. That's kind of amazing, isn't it? For my next example, how about who's more familiar to both of us? I'm referring to me, of course. I used to be down on my luck-cleaning solution, Salesman, but after gaining the last... Well, look at me. I earned 10 Millions Yen in just one more... Yeah, weil du die Scheiße verkauft hast. Time of course could earn it. Yes. That's why even a pebble of the lights can bring about great change. You wish... So... Have I made a believer... Uh... Vielleicht... Uh... Good kid, son. Therefore, you're open to buy this Talisman. We make... ... another investment as literativist... Bitte was? But we just did... The first step of fulfilling life is in your wallet now and no amount of money would be... too great, richtig. Das ist halt auch so ein Trick. Ja. Also gib uns dein Geld, denn... Glückseligkeit kann man sich nicht kaufen. Und wenn du diesen Stein kaufst, bist du glücklich. Also mach das. Nein. Obtain success in life. Ja. This is a huge discount I'm offering only to you because of your incredible aura. Again. This could change your life. So how about it? Ich werd's kaufen einfach das Spiel, deswegen einfach um zu wissen, dass wir gescamt wurden. Mal schauen, was das ist. Okay. Ah, a thousand thanks. Ja. Hat er bekommen und ist fast wieder in seiner Million. The oldest sacred does man himself. May happiness be with you, rest of our days. Und bekomme diesen behinderten Lifestone. The portrait of a lifetime. I'm happy for you. Well, we have clients in many places, so we must hurry off. And he's covered our coffee tab. Thank you. Ist ja nicht so, dass wir diesen beschissenen Stein schon gekauft haben. We made the right choice here. You know what? The world is looking a little rosier. Yes, I'll take the payment in cash. But really, how did you pull it off? Was ist denn das? Nakaya in Iwata? When you can worry about the future, you fall for a hook, line and skinker, easy pickings. You're a genius, Nakaya. Sad. Oh nein. I know, right? Ja, war ja klar. Guilty, I will mooks like fish in a barrel. Good luck. May happiness be with you. Or whatever. Wait. Was I just conned? Ja, natürlich. Ey. Oh, Kirisan. Was it? How are you? Your luck must be improving by leaps and bounds already, right? I say, seems I lucked into figuring out out your scam. What? I have no idea what you are talking about. You can lie all you want, but I just said I overheard you. Ich hab dir einfach nur zugehört und jetzt wissen wir, dass das ist. Scheiße. Shit. Just run for... Accept all your fate and die. Alles klar. Willst du mit mir fighten? Na, komm her, Junge. Zwei Schläge. Z hat gereicht. Oh. Oh nein, 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 oh nein. Es war Nakaya, er hat mich bezahlt, um zu tun. Warte mal, der hat dich bezahlt? Natürlich. Und, äh, na ja, weil er wusste, dass es lukrativ wird und, na ja, ich hab es einfach gemacht. Wenn du mir nicht sagst, woher ist. You are going to get real family with my popes. Wirst du nochmal meine Handfläche lesen? Oh, sorry, äh, dig, äh. Wir kriegen 5.000 Yen. Danke. Ich bin hier der Smile Burger an Nakamichi Street. Okay. Wir werden zu ihm gehen. Die Burger Smile. Also wir haben ziemlich viele Nebenquests noch offen. Wir werden, wenn wir sie einmal brauchen, werden wir sie machen. Alter, das ist so ungewohnt, dass es so hell ist. Aber zuallererst, wir müssen unsere Mission machen. So, jetzt rechts. Und gleich nochmal rechts. Und dann sind wir schon. Ja, ja. Nervt mich nicht. Ist der Laden hier, ne? Ja. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Was ist das? Wie war das? Kamen kommt, dass du es wiederholfenst? Nein. Diese Musik ist eine Wunscherz. Eine Woche, eine Woche, die es nicht nur ein paar Jahre alt. In der Moment. Das ist das Wunscherz. Ich habe das gesehen, Das ist das meine Musik. Aber es gibt auch viele Leute. Ich weiß, dass ich alles, was ich verletzen habe. Das ist nicht mein Mann. Ja, das ist das. Hallo? Oh, du? Oh, ich bin. Ich bin von Nishikyama. Eh? Was ist das? Das ist der Typ, der hat so Wahrheiten. Das ist der Typ, der schon seit Jahren. Du bist Rüo, und Nisikyama hat die Koi in den Händen. Das ist der Typ, der sich in den Händen hat. Ich bin hier drauf, aber ich bin hier auf. Ich bin hier drauf auf der Ewigkeit. Ich bin hier raus, und dass ich mich nicht so ans Herz schraubrücken kann. Mein Freund? Ich bin hier auf der Ruhm. Ich bin hier auf der Ruhm. Weiser Mann Die Tattoos So krass Oh shit Go back to Serena Wir haben natürlich Das fand ich eben Einen krassen Satz Also wie soll ein Ausgebleichter Drache Ein Oh Hi Wir kennen uns ja Ja komm her Ah ja man Ah We're looking pretty relaxed We're having lost Wir machen das Später mal Oh Wir sind mit E-Rank Bei ihm Das heißt Wir können ihn Wieder neu Bekämpfen Ich find Das Grinding Halt schon heavy Aber Irgendwann Wenn wir's machen Oder zumindest Ein Teil davon Och nö Ah Ah Eieieiei Würst du mich ärgern So Dann zeig Dann zeig ich dir mal Wie's richtig läuft Dankeschön Jetzt geht's mir gut Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob es wieder eine längere Grind Sache geben wird Gegen Ende Wobei es war nie so richtig grindy Aber Deswegen spiele ich gerade die Hauptstory weiter Weil dann können vielleicht die ganzen Sachen wichtig werden Ah Nein Wie ist he Haruka Haruka Annelie Nossa Säi Säi Das ist Das ist Dasy Wir Wir Haruka Wir Wir Haben Wir 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 Warum kannst du dich mit dir? Ich möchte dich mit meiner Mutter. Ich bin hier nicht gekommen. Hey, Haruka. Das ist das Pendant. Das ist das Pendant, oder? Ich kann mich nicht mehr so gut. Ich möchte mich mit meinem Mann. Ich möchte mich mit 100 Millionen Euro 100 Millionen Euro. Ich möchte mich und... Entschuldigung. Du sagst dir deine Mutter. Du kennst dich was. Du sagst dir was. Du sagst dir was. Du sagst dich. Du sagst dich. Du sagst dich. Du sagst dich. Ich glaube auch. Aber... Du sagst dir nur meine Mutter. Wenn du dich so gut sagen willst, dann würde ich auch so machen. Bye. Haruka! Haruka! Ich verstehe die Kleine. Das bedeutet auch, dass wir schnell los müssen. Wuff, wuff. Aber es bedeutet auch Ärger. Ich verstehe, dass sie weg will. Ich verstehe das richtig gut. Weil ähm... Lass uns ehrlich sein. Die will doch auch nicht verarscht werden. Sie ist ein... toughes Mädel, so. Ohje. Ich verstehe das. Ähm. Ich verstehe das. Und meine Mutter. Ich habe uns vor allem wieder nachher... Alles klar, Dankeschön. Und dann los, hier rein. Oh oh. Die ist hier nicht, ich rede mal mit ihm. UFOcatcher. Oh ja. Oh ja. Alter, das wäre ja eine Schnitzel hier. Okay, bei dem Parking Lot also. Meine Güte. Und Nishiki will sich noch mit uns anlegen. Und wir sollen unsere eigene Familie bekommen. Übrigens, darauf spekuliere ich ein bisschen, dass wir dort ein bisschen grindy Sachen machen können, das heißt dann nicht mit der Story weitermachen. So wie es in japanischen Spielen häufiger ist, oder zumindest Spielen, die von japanischen Entwicklern gemacht sind. Ähm, das Tutorial ist relativ lang und die wirklichen Erfolge kriegst du erst später. Und dann, wenn du dich nicht gesehen hast. Okay. 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 Jetzt brauchen wir was zu saufen. Meine Güte, das müssen wir jetzt organisieren. Jetzt haben wir natürlich nichts bei. Uh. Das sind DVDs. Oh Gott, wir müssen halt echt bis ans Ende der Straße laufen, ne. Ich finde es aber cool, diese Chapter sind halt wirklich gut geschrieben, ne. Und irgendwo auch zusammenhängt. Das wird nochmal alles ein bisschen relevanter werden. Oh, nö. Ja, okay. Na, ich nehme euch alle auseinander. Komm her, Junge. Komm her. Erbt mich nicht. So. Yakuza erledigt. Hm. Ähm. Ähm. Sake. Einmal Sake für ihn. Gut, ich würde sagen, den Alkohol bringen wir Ihnen in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Hau. Hau. Untertitelung des ZDF, 2020